Ja ihr Lieben, guten Morgen und gestern noch das Wetter gelobt, heute wieder komplette Eskalation, aber kein Problem. Ich melde mich heute bei euch nur mit einem kurzen Gedanken. Wie gesagt, jetzt haben wir ja heute schon den 30. Morgen 31. Monatsende für uns immer eine große Sache. Gestern haben wir gesprochen über Ziele, was ein Ablaufdatum ausmacht bei der richtigen Zielsetzung nach dem Smart-Modell und so weiter und so weiter. Und heute denke ich natürlich auch, dass man, wenn es um Ziele geht, muss man diesen anderen Aspekt unbedingt auch noch betrachten. Und der andere und wichtige Aspekt auch noch ist natürlich Glaube an sich, weil in der Natur der Sache ist ja ein Ziel was, wo man im Normalfall mehr oder sozusagen Außergewöhnliches leisten muss, wenn man das bisher so in der Form nicht erreicht hat oder eben nicht immer erreicht. Und von daher muss man ja daran glauben, dass es diesen Monat klappt, dass ich diesen Monat die Fähigkeit habe, um das auch wirklich umzusetzen.